ich hab mir hier glaube ich ein bisschen viel vorgenommen das wird relativ relativ größer als ich gedacht hab ja mach nicht direkt so alles in die höhe guck lieber dass du auch die ganzen ausgänge und so direkt fertig hast ne 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 ich bin noch gar nicht mit dem blöcken am bauen ich bin erst mal nur in den raum hier ja aus dem berg raus kloppen allein das ist schon mehr aufgabe als geplant stell ich es mal ach tschuldigung jetzt habe ich bambi gehauen aber hey bambis mutter stürzt nicht alles klar ja läuft bei bambis mutter ich dachte die wird jetzt mad auf mich aber irgendwie nicht die nicht und wir brauchen ja dann lager noch habe es ja nur mit dem bett geschlagen das ist ja weiß ja genau ihr seid die die ich habe ja hallo du nicht obwohl verdammt nicht ich bin ein bisschen irritiert was du da wohl treibst macht nichts die auswahl ist nicht so groß ich wusste es ist einer ich wusste doch ich habe es richtig in erinnerung ha spiel tschüss ich bin so unkreativ mit namen wolfgang also auf meinem kanal wissen alle wieso oh ja liebe mich ich greife gerade eine schlange an soviel zum thema ja schlagen greifen manchmal an ich weiß bescheid gut zu wissen hier ähm puh du hast du hast ein fischglas auf dem kopf aber okay ja geht ab naja noch nicht so direkt aber geht in die richtige richtung oder geht in die richtige richtung vielleicht doch das vielleicht doch falsch ausgesucht vielleicht doch falsch ausgesucht vielleicht doch falsch ausgesucht aber naja egal jetzt müssen wir noch irgendwie über das wasser rüber meine liebe du und ich guck mal hier ist eine schmale stelle das schaffen wir ich bleibe gerade die grobe grundschmiede oder halt schon ein bisschen größer aber wir brauchen jetzt noch nicht jeden ich sage nach oben ist ja luft das kann man ja auch mit den ausbissen und so da reicht erst mal einer und muss ja auch nicht gleich automatisiert sein und so nein äh zwei vielleicht dass du einen für den tisch hast und einen für ganze blöcke ja stimmt das macht sinn natürlich macht das sinn hab ich ja auch gesagt merkt schon profi hat erfahrung damit habe ich vergessen dass man da ja auch blöcke machen kann ja das erste mal mit mit den ganzen überhaupt das erste mal mit mods alter ich backe hier irgendwo ganz böse fest cooler höhlenausgang ey einfach irgendwie so vier fünf breit und da fließt wasser raus so ein fluss sehr geil sieht richtig fett aus sehr geil sehr geil mit shader kann minecraft sogar echt richtig hübsch sein hm ok spring funktioniert euch dachte eben schon spring funktioniert nicht aber nein ich war dazu luft es einzusetzen so reinweg ha eine sache geschafft die ich in der folge schaffen wollte das ist sehr gut oh du hast ja link und navi auf dem kopf schweinchen du bist ja süß du das leben großzügig ja war nicht so niedrig wie die mütze die mich dem anderen gefraut hat bist du unterwegs und spielst ein bisschen gott du darfst leben du nicht normal ne hast du nie blecken weit gespielt siehst das so oder oh gott ist das lange her ich würde mich mobben dafür kannst du das spiel was black and white nee what bin ich nicht ich bin ich zu jung für ja wahrscheinlich so viel älter bis jetzt auch nicht ja aber ich war auch sehr jung dafür ah es war trotzdem cool klar viele meiner zuschauer werden es verstehen einige in meinem alter so über bäume laufen ist vielleicht nicht das schlaueste was ich hier mit dir machen kann aber es funktioniert so damit eins klar ist mein lieber ne meins deins was ist deins ja wenn du es irgendwann siehst dann meins so und deine zuschauer die jetzt neugierig sind die können ja gucken kommen äh hahaha ganz billige taktik hehehe ah du wirst es schon immer entdecken ach so viele hühnchen hier auf einmal was ist denn hier los hallo na ach scheiße ich dachte du hängst im zaun fest äh ach kannst du mehr jetzt hier wegbringen das 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 ja ich hab nicht ein zu viel holz aber ein bisschen was vielleicht ja von anfang auch ein bisschen ja ein bisschen was von allem so hhhhh hmmm du willst mir nicht zufällig kurz helfen den raum hier fertig auszuheben ne Nö. Ja. Gut. Alles klar. Man kann ja mal fragen. Ja. Du brauchst ja nix. Ja. Klar. Versuchen kann man's ja. War das schwer dunkel? Es war schwer dunkel. Echt? Oh. Geht voll schnell. Dezent. Dezent. Bist du wieder zu Hause? Ich bin zu Hause. Scheiße. Kann ich nicht schnell in dein Bett? Was? Muss ich ja durchlaufen bis zu mir. Kannst du? Ich kann auch unten bei der Farm schlafen. So, ich bin in der Farm. Kannst dich heimlich in mein Bett schleichen. Ach, hast du den Bauernhof gebaut? Unter der Erde, das. Ach, unter der Erde? Ja, bei der Farm. Ah, okay, okay, okay. Da hab ich auch ein Bett. Ja? Das ist so ne Art Reviermarkierverhalten bei dir, oder? Nee, das ist schlaues Verhalten, weil der Herr gerne mal länger unterwegs ist und ich da nicht oben rumlaufen muss in der Angst vor Monstern. Sondern ich da einfach unten bei meiner Farm chille. Und den Zucchinis beim Wachsen zuguckst. Quasi, ja. Und ernte. Ich liege. Nicht die schlechteste Idee. Ich liege. Ja, ne? Ja, ich liege auch schon. Perfekt. So, weiter geht's. Siehst du? Ich bin runtergegangen, hab geerntet. Dann kamst du. Konnten wir schlafen. Alles easy. Zack. So. So. So, dann gönne ich mir auch mal Bacon Schießburger, wa? Gönn dir. Hast du verdient. Dankeschön. Er kann ja doch freundlich. Ähm, was wollte ich noch machen? Genau, jetzt weiß ich es wieder. Nein. Das suche ich. Oh yeah. Ja. Mal ein bisschen Action hier, ne? Geht ja so nicht. Achso, bist du noch da? Beim... Ich bin nicht da. Bei den Griffen. Ja. Kannst du mal gucken, ob die Dinger durch sind? Es sind 64 drinnen. Ja, läuft noch. Es zieht... Es zieht... Es ist alles komplett voll. Du hast sehr, sehr viel gemacht. Ja. Ja. Ist auch gut, oder? Ja, ist okay. Ja. Hab ich mir auch gedacht. Ich würde auch lieber ein bisschen mehr. Wir werden es ja brauchen. Turk? Hab dir mal Licht gemacht. Danke sehr. Da kann ich ja nicht mehr ankommen. Ist das nett. Das ist wirklich ein bisschen einseitig hier. Aber fast geschafft. Fast durch. Hast du auch gemacht, ja. Hättest du auch Offscreen vorbereiten können, aber... Nee, das... Ich möchte das gerne ungeschnitten hier im Let's Play haben. Okay. Außerdem habe ich Offscreen mehr als genug zu tun mit Streams und den anderen Videos und so. Okay. Dann habe ich ja auch noch sowas wie ein Privatleben, was ich für YouTuber echt nicht gehört. Ich weiß. Ich werde das auch demnächst mal angehen, das zu ändern. Voll nicht. Aber... Noch habe ich eins. Geht voll nicht, klar. Nicht in Ordnung, ne? Nee, voll nicht. Ich weiß auch nicht, was mir einfällt. Das ist... Das Problem ist halt, ich hatte das bevor ich YouTube gemacht habe und jetzt werde ich es einfach nicht los. Schämlich. Hättest du gleich mit aufhören müssen. Ja. Ja, konnte ich ja nicht wissen, dass das mit YouTube gut läuft. Sonst hätte ich das natürlich von Anfang an gelassen mit dem Privatleben. Läuft's denn gut? Oh, ich bin zufrieden, ja. Okay. Ich möchte mich nicht beklagen. Dann... So... So... Zack, zack, zack. Das ist ja keine Werkbank, ne? Werkbank? Ja. Oh, ich habe ja Holz. Geil. Ganz vergessen. Oh, dieses grüne Holz hier. Nice. Oh. Wie hoch wir denn für den Anfang machen. Wow. Nice Türen. Geil. Gefällt mir. I like. Ach komm. Bin ich schon dabei, wenn machen wir gleich die volle Höhe. Noch nicht. Zack, 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 zack. Ich würde sagen... Kann losgehen, ne? Kriegst du das mit dem Automatisieren mit dieser Redstone-Uhr hin? What? Ach, kriegen wir schon irgendwie hin? Boah, wird schon. Ich mache mir jetzt noch keine Gedanken um irgendwas zu automatisieren. Ich? Nee. Erstmal hier die Grundlage machen. So. War schön mit dir? Ich gehe jetzt. Adieu. Wiedersehen. Bis dann. Wo gehst denn hin? Noch tiefer? Hä? Gott, ist das dunkel hier. Bist du im Neta oder was? Boah. Boah. Vielleicht. Also ja. Boah, ist das dunkel hier, Leute. Ernsthaft. Klingt zwar ein bisschen closed down mit, wenn du schon da bist. Ja, aber nicht für dich. Danke. Das ist nett. Du kannst selber gehen. Ach nö. Jetzt nicht so die Lust zu. Warum nicht? Oh, ich mag den Neta nicht so. Da sterbe ich irgendwie immer. Da werde ich jetzt gar nicht drauf bekommen. So. 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 Auf einmal. Hallo? Ein paar mehr Steine mitnehmen sollen. Naja, egal. Ich nehme immer so Steine mit. Ja. Die müssen nicht schön sein. Die müssen nur stabil sein. So. Wir haben ja endlich bald mal recht geschafft. Kann sich nur noch um Tage handeln. Ja, easy. Ah, locker. Leichter als das. Jetzt war ich auch mal schlau. Jetzt habe ich einfach mal die Softbox weggedreht. Dann habe ich hier auch ein bisschen mehr. Sehe ich hier ein bisschen mehr. So. Da muss ich hoch. Du da musst weg. Den habe ich noch. Ich habe noch. Wunderbar. Du da musst auch weg. Sonst kommt der her und verbrennt sich. Aber was machst du? Ich lock das. Muss ich mir noch mal angucken, was du da treibst. Ich habe Spaß. Okay. Aber ich bin noch hier. Eben. Deswegen habe ich Spaß. Hoho. Ach komm schon. Das war eine Vorlage, ey. Ja, das war unüberlegt, das so zu formulieren. War nicht klug. Gebe ich zu. Sehr gut. Ah nein, siehst du es halt. Ja. So. Ähm. Ich muss Fabi nochmal zurückkommen. Wohl. So. Jetzt ist die Frage, habe ich mich verzählt oder nicht. Eins, zwei. Perfekt. Läuft einfach bei mir. Läuft einfach. Perfekt. Ah, ich habe dein Portal gefunden. Ja, ich dachte, dass es da doch ganz ist. Die Türen sind geil, ne? Jo. Was ist denn das? Aus was? Aus Fur. Sie sind echt hübsch. Fur-Lock. Das ist von dem Monster, warum der nicht gefällt hatte. Es ist dennoch ein bisschen dunkel. Aber... Leute, seid froh, dass wir keine Shader haben. Wir würden hier gar nichts mehr sehen. Dann würde es hier nur noch leuchten. So. Läuft das Zeug hier immer noch durch, oder was? Ah ja, da sind... Ei. Komm, wie viel habe ich denn gemacht? Ich glaube, du hast zu viel gemacht. Ei, ne, scheiße. Ja, zu viel würde ich nicht sagen. Früher oder später können wir das schon gebrauchen, aber... Ich glaube, du hast zu viel gemacht. Vielleicht... Vielleicht für den Anfang ein bisschen viel, Junge. Gebe ich zu. Und das sind jetzt vier von denen... Genau. So. Echt? Jetzt mal kriegt das hier ja nur ein Block. Was ist das denn für... Das ist doch Betrug. Was denn? Das ist ganz normal. Ist doch Beschiss ist das. Nee. Ich habe die Plattform nicht breit genug gebaut. Das ist ganz normal. Äh, Glas haben wir noch. Perfekt. So. Das reicht mir noch nicht. Gut. Gussbecken habe ich geschafft. Gussbecken habe ich geschafft. Sehr geil. Nice. Das ergibt nichts. Das. Auch nichts. Das. Auch nicht. Ah. Das. Jawoll. Das ist er. Hast du das Buch gemacht mittlerweile? Hm? Hast du mittlerweile das Buch gemacht? Nö. Okay. Ich dachte, ich finde das ganz alleine raus. Okay. Irgendwann wirst du es brauchen. Nein. Doch, weil da die Ressourcen erklärt werden. Ja, kann schon sein, dass ich es irgendwie... Nee, brauche ich nicht. Ich brauche keine Hilfe. Ich bin ein Mann. Ich schaffe das alleine. Ja. Ich glaube, das ist ganz alleine. Okay. So. Spannende Frage ist, ob die wirklich reichen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die immer noch nicht reichen. Ich glaube nämlich, ich habe doch nicht zu viel gemacht. Ich glaube, du hast genug gemacht. Glaube ich nicht. Nee. Es wird dunkel. Soll es ja auch nicht ganz so krass anfangen. Ja, ich bin im Nether. Ach du kannst ja im Nähtag gar nicht. Du kannst schlafen. Ohne mich. Also da ist ein Block drauf. Echt? Ja, echt. Achja, tatsache, das geht ja, wenn du im Nether bist, geil. Richtig. Finde ich gut. So, wo ist mein Block? Da ist nicht mein Block, da ist mein Block. Wie hä? Wen sollte ich wieder zumachen? Da löst du dich. Und du? Was? Ich heiße doch nicht Julian. so 32 blöcke heu ich schon mal ach ne schon wieder ein creeper neben mir er hat die essenskiste erwischt wie zum teufel kommen die immer hier hin nicht zu viel von den viechern passt irgendwie nicht so auch hast du schon geschlafen ja es ist ja schon wieder tag und dann kommt der arsch da einfach um die ecke ich kann da schon sein welche essenskiste hat er nicht ja die essenskiste welche die mit fertig essen oder die mit gemüse fertig essen danke fürs gespräch was schön